So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit Helldivers 2. Dazu habe ich ja noch nicht wirklich ein Video machen können, weil eben so viele andere neue Spiele rausgekommen sind. Aber jetzt sind wir hier und ja, es ist ja das neue Warbond rausgekommen, das Viper Commandos. Und ich wollte jetzt mal ein Video dazu machen und euch ein bisschen zeigen, was da dabei ist und was man sich da alles anschauen kann. Es ist ja jetzt auch ein neuer Patch rausgekommen. Die Entwickler haben ja gesagt, dass sie, wenn sie jetzt Patches bringen, dass die ja umfangreicher werden. Und vor allem, dass sie auch, ja, die Patches, dem Patches mehr Zeit geben wollen. Und sie wollen damit halt sicherstellen, dass wenn Patches kommen, dass sie mehr fixen und auch, ja, eben bugfreier sind. Das ist richtig gut. Ja, es gibt ja einen neuen Mech oder Exo-Anzug, den man sich holen kann, der hier mit zwei automatischen Kanonen ausgestattet ist. Ich habe ja genug Geld, den kann ich mir gleich mal kaufen. Und dann kann man den auch benutzen. Ja, Schiff-Updates gab es ja auch immer wieder. Es gibt ja da immer wieder neue, die dazukommen, was ich auch super finde, dass das dann weiter geupdatet wird. Und jetzt gibt es aber auch Fahrzeug-Anpassungen, wie ihr es hier seht. Also ihr könnt eure Fahrzeuge verändern, wenn ihr Tarnungen freigeschaltet habt. Finde ich auch super, dass das reingekommen ist, weil das haben sich viele auch gewünscht. Und es wird jetzt in Zukunft dann im Spiel dabei sein. Ja, wenn wir jetzt aufs Warbound gehen, das ist ja hier unten, es gab ja schon die anderen, dann sehen wir hier Vipers Commando. Und das ist richtig cool, finde ich, weil das jetzt so Dschungel-Design hat. Hier sehen wir auch schon die erste Waffe, die AR-23A Liberator Carabiner und die macht 60 Schaden, hat 45 Kapazität, Rückstoß, 26 und 920 Feuerrate. Also die scheint schnell zu schießen, aber dafür eben ein bisschen weniger Schaden zu machen. Ja, hier hat man dann die unterschiedlichen Ausrüstungen, die man sich hier holen kann. Und das ist natürlich alles Dschungel-mäßig angepasst. Hier ist dann auch das Hellpod, was man sich im Design verändern kann. Finde ich super, dass sowas jetzt reinkommt. Dann haben wir hier die Bushwacker, die SG22. 405 Schaden ist echt krass, aber ich denke mal dadurch, dass sie ja so, ja, nicht viel Schuss hat, könnte es eventuell dann dadurch auch gebalanced sein. Ansonsten haben wir natürlich hier verschiedene Emotes und hier auch dann ein Schiff, eine Anpassung für das Schiff. Und ihr seht auch, die Rüstungen verbessern den Nahkampfschaden, oder? War das, habe ich das richtig gelesen? Erhöht den Nahkampfschaden, genau. Und die Waffenhandhabung weniger Bewegung, ne? Also das ist ja immer unterschiedlich. Noch dazu haben wir hier ein Wurfmesser und man kann hier sein, ja, Emblem auch anpassen. Also viel mehr Anpassung ins Spiel gekommen und auch ein Design für den Exo-Anzug. Und hier unten haben wir dann noch experimentelle Infusionen. Die Spritzen stellen nicht nur Gesundheit wieder her, sondern erhöhen auch vorübergehend die Bewegungsgeschwindigkeit und die Schadensreduzierung. Verursacht Zittern. Okay, das bedeutet also, man hat die anderen Vorteile, dafür zittert man wahrscheinlich beim Schießen. Okay, auch krass. Wir holen uns jetzt aber mal die Waffen. Ich habe ja genug gespart jetzt hier oben und ich werde dann auch mal die Waffen hier ausprobieren. So, die holen wir... Na, die können wir uns ja noch gar nicht holen. Warte, ich muss jetzt genau schauen. Ich brauche 80 Medaillen. Dann schalten wir am besten noch das hier frei. Und dann müssen wir mal gucken. 40 Medaillen, machen wir das noch. Ja, noch 20. Dann machen wir halt das noch. So, und dann haben wir das auch schon. Dann können wir uns jetzt hier noch die Waffe hier holen. So, und dann würde uns ja nur noch das Messer fehlen. Aber gut, das Wurfmesser, was soll da jetzt groß anders sein, außer dass man es werfen kann. Äh, ich habe jetzt noch 90. Hm. Um mehr schneller freizuschalten, könnte ich natürlich auch das Schiff dann machen, das Design. Ach, das mache ich jetzt auch mal. Und dann fehlen noch ungefähr 65, ja. Hm. Dann mache ich wahrscheinlich noch das hier. Und, hm, was könnte ich noch machen? 35. Können wir das noch machen? Dann haben wir nur noch ungefähr 30 oder, ja, 20 ungefähr übrig. Hier oben. Genau. Okay. Ne, das ist ganz gut. Und, wie gesagt, Wurfmesser fehlt da noch zum Freischalten. Die zwei Waffen haben wir jetzt. Und dann gehe ich jetzt mal kurz zurück, weil dann können wir noch kurz das Design ändern. Vom Schiff, genau hier, können wir das Design ändern. Und dann hier unten auch. Und die zwei anderen, das schaltet man ja dann noch frei. Wobei ich das Gelb, eigentlich Gelb-Schwarz, auch nicht schlecht finde. Ja. Also das auf jeden Fall hier. Und dann können wir ja hier schon mal die Waffe wechseln. Die war ja, das war ja ein Sturmgewehr, glaube ich. Die müsste dann hier oben sein. Genau. Das ist die Liberator. Die spielen wir dann gleich mal. und Sekundärwaffe gibt es ja jetzt die hier. Dann probieren wir jetzt gleich mal die aus und schauen dann mal, wie die ist. Ich muss ja sowieso noch mir die andere Waffe freischalten. Dann habe ich jetzt, ich habe jetzt hier, glaube ich, noch einen Umhang, oder? Ne, den Umhang habe ich noch nicht, aber den Helm, glaube ich. Diesen einen Totenkopf-Film, der sieht auch ziemlich cool aus, der hier. Und, umhang, genau, den lassen wir mal so. Und ja, also, die zwei Waffen finde ich richtig cool, dass die eben die eine auch noch sekundär dabei ist. Und ja, es gibt ja auch wieder jetzt eine neue Mission, die dann hier ist. Und man sieht es dann auch schon, ne, Besprechung, hier muss jetzt wieder verteidigt werden. Also die Mafa und Ferner Wells, da kriegt man dann 45 Coins für die Medaillen. Und wir müssen 100 Feinde mit dem Flammenwerfer eliminieren. Ich bin jetzt eh gerade auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Was jetzt auch neu dazu gekommen ist, ist, dass die hier anzeigen, ne, was hier beeinflusst wird, denke ich mal, wenn man die verteidigt oder wenn man sie nicht verteidigt, in welche Richtung das dann geht. Finde ich auch ganz cool. Und jetzt gibt es auch eine neue Anzeige, die hier grün ist. Und es ist auch die Möglichkeit jetzt, dass man eben privat einstellt, also dass man wirklich per Einladung dann die Leute in die private Lobby hier ziehen kann und die dann auch wirklich privat bleibt. Ja, wir haben noch 18 Stunden Zeit. Ich werde jetzt mal, ich gucke mal ganz kurz, ich werde jetzt mal vielleicht, ja, auf Estano gehen und dann hier mal die Mission machen. Und dann mal schauen, wie die Waffen sind. Ja, also wie gesagt, ich finde der Helldivers sowieso richtig, richtig toll. Ich mag das Spiel total. Ich finde, das ist super gemacht. Und, ja, hat einfach ein richtig tolles, ja, Coop-Feeling auch, wenn man da zusammenspielt. Also das macht extrem Spaß. Und ist halt auch cool, was dann immer wieder monatlich reinkommt an die, wegen den neuen Sachen, die sie eben dazu bringen. So, jetzt gucken wir mal. Wir nehmen, jetzt nehmen wir jetzt da mal mit, Laser auf jeden Fall und dann können wir noch, das habe ich mir mal mitgenommen, Raketenpots, nee. Ich glaube, Luftschlag, genau, Luftschlag habe ich mir mal mitgenommen. Da hat man ja auch mittlerweile so viele freigeschaltet. Da hat man so viel Auswahl. Ansonsten nehme ich jetzt noch das Maschinengewehr, nehme ich eigentlich immer mit. Genau die hier. Und dann nehme ich noch das Schild mit. Nicht ballistischer Schild. Genau, Rucksack. Und das sind ja die Booster, die man mitnehmen kann. Aber das, glaube ich, lasse ich jetzt mal. Das ist sowieso auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Aber ja, wie gesagt, ich finde Helder was richtig toll. Und, ja, sieht man ja auch an dem Erfolg, was das Spiel hat, wie gut es ankommt. Und es hat ja über 12 Millionen verkaufte Einheiten in, glaube ich, zwei Wochen oder so geschafft. Also Wahnsinn, wirklich. Oder 12, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall sehr schnell. Und, ja, das zeigt halt auch, was hier möglich ist, ne. Und jetzt haben sie es endlich reingebatcht, dass man oben die Anzeigen sieht, mit dem, mit den, äh, ja, dass man sieht, wie viele Proben man hat. Das war nämlich eine Zeit lang auf Konsole gar nicht zu sehen. Das finde ich auch super, dass die jetzt das mit reingemacht haben. Man darf ja nach wie vor nicht vergessen, ne, wenn man schießt und, äh, zu früh nachlädt, dann ist ja so, dass die, dass die, äh, Munition verloren geht. Also muss man sich wirklich genau überlegen, wann man nachlädt. Aber ich finde die Waffe, die, die ist schon nicht schlecht. Also die killt schon ganz gut, wobei das jetzt natürlich auf einem leichtesten Schwierigkeitsgrad ist. Das ist klar, aber trotzdem, jetzt gucken wir mal, wie die hier ist. Okay, ein Schuss auf, auf den Körper und die sind sofort tot. Und dann muss man erst nachladen. Also die macht auch, äh, gut Schaden. Wie gesagt, ist immer unterschiedlich, welche Schwierigkeitsgrad man spielt. Aber, trotzdem, echt nice. Und vor allem cool, halt, neue Waffen zu haben, ist ja immer schön. Und die sind ja auch immer wieder kreativ damit auch. So, jetzt haben wir das hier gesammelt. Aber ja, ich finde, die, die sind schon nice. Also die, die spielt sich auf jeden Fall cool. Hat ja auch hier das Visier, was ich ganz cool finde, mit dem Laser. Also es sieht auch ganz gut aus. Und das ist ja sowieso nice, dass man hier die, äh, die Waffen mit, äh, Ego-Perspektive dann auch spielen kann. Hier ist es ja genauso, ne. Das sieht man dann auch unten, äh, an dem Arm. Eben dieses, äh, Eingabe-Pad. Und, ja, es ist richtig cool gemacht, ne. Man kann Ego oder so spielen. Finde ich sowieso super. Da hat jeder dann die Möglichkeit, das umzuändern. Ja, ansonsten, die Patch-Notes werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich jetzt noch nicht alles mit durchgelesen, was da noch Neues dazugekommen ist. Weil es ist wirklich sehr, sehr viel. Aber sie haben viel gefixt, sie haben viel gebufft. Und ich werde euch, wie gesagt, äh, euch die Patch-Notes dann unten verlinken. Da könnt ihr dann reinschauen und euch das mal durchlesen, was da alles dazugekommen ist. Und es ist, wie gesagt, immer sehr viel. Und sie patchen ja auch immer wieder rum. Manchmal auch ein bisschen zu viel. Das ist ja auch etwas, was heiß diskutiert ist im Spiel oder generell in der Community. Das stellenweise sind die Patches dann Waffen, die halt den Leuten gefallen, sehr schnell nach unten gepatcht werden. Und dann denkt man sich halt, okay, muss das jetzt sein? Wir finden die Waffen gerade richtig toll und dann werden sie halt wieder runtergepatcht. Dann kommen neue Reihen und dann sind die zwei Wochen gut und danach sind sie wieder schlecht. Das ist natürlich, finde ich, nicht so berauschend. Aber ich glaube, das wird jetzt besser werden, weil sie schon gemerkt haben, hey, wir verlieren sonst zu viele Spieler. Und das war ja auch eine Zeit lang dann so, dass die Leute wirklich gesagt haben, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt erstmal raus aus und gehen, weil wenn immer die Waffe, die mir gefällt, runtergedrückt wird mit einem Patch. Ich kann es aber auch verstehen. Ich verstehe, dass die Entwickler wollen, dass man eben das Spiel so abwechslungsreich wie möglich spielt, dass man auch alle Waffen ausprobiert. Ist klar, aber man sollte schon der Community ein bisschen den Spaß lassen. Und es ist halt immer die Frage, ab wann patcht man den Spaß raus? Also, wie weit geht man mit Patches und ab wann patcht man eben den Spaß der Spieler raus, weil man die Waffen halt dann kaputt macht? Und das sollte ja nicht das Ziel sein. Es soll natürlich das Ziel sein, dass man sagt, hey, wir möchten nicht, dass eine Waffe alles dominiert. Ist vollkommen klar, ich kann es auch verstehen. Aber auf der anderen Seite sollte man nicht zu weit gehen mit der Sache, weil das die Spieler dann aus dem Spiel treibt. Das ist klar, es ist schon passiert und es wird immer wieder passieren, wenn sowas kommt. Und das ist normal, aber ja, das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad, den man dann gehen kann. Und es kommt immer darauf an, wie man das auch mit der Community kommuniziert, weil die Community hat ja auch dann schon ziemlich viel Macht, wie man auch gesehen hat mit dem, dass eben die PC-Spieler die PSN-Verknüpfung haben sollten erst und dann wurde es doch wieder rausgenommen. Also das ist klar, es ist immer ein Dialog mit der Community und das sollte auch bestehen und sollte auch da sein. Aber es ist schon wichtig, dass man der Community nicht alle guten Dinge gleich aus der Hand patcht und sagt, die Leute spielen so viel mit der Waffe, jetzt machen wir die erstmal schwächer, weil dann spielen die Leute schon mit anderen Waffen. Ich glaube, manchmal hat es eher den anderen Effekt, dass die Leute dann gar nicht mehr spielen, weil sie halt sagen, ey komm, jedes Mal, wenn eine Waffe toll ist oder Spaß macht, dann wird sie weggepatcht oder so schlecht gepatcht, dass sie halt keinen Spaß mehr macht. Und das ist, finde ich, schon wichtig, dass man da aufpasst. Aber ich finde, ich hatte bis jetzt immer meinen Spaß. Es hat wirklich bis jetzt immer Fun gemacht. Und selbst wenn dann Sachen gepatcht wurden, dann hat man halt wirklich mal neue Dinge ausprobiert und hat dann geschaut, hey, vielleicht habe ich diese eine Waffe noch nicht getestet, die andere Waffe noch nicht getestet. Sollte ich mal gucken, wie ist die so, gefällt die mir, passt die zu meinem Spielstil, weil jeder spielt ja anders. Ich spiele ja sehr gerne mit dem Schild oder mit der MG hier und wechsle dann auch nicht so oft die Waffen, weil ich halt mit den Waffen, mit denen ich mich angefreundet habe, dann oft spiele und bleibe dann bei denen. Aber ja, es ist schon cool dann, wenn man immer wieder neue Sachen ausprobieren kann oder muss irgendwie dann auch. Und dann findet man dann halt doch die eine oder andere Waffe, die einem gefällt. Also das ist schon ganz nice. Ansonsten freue ich mich auf noch mehr. Ich meine, ich habe riesen Spaß mit dem Spiel. Ich habe jetzt auch schon über 100 Stunden in dem Game. Und vor allem die höheren Schwierigkeitsgrade, da geht es dann schon gut ab. Aber das Schöne ist halt auch, dass man hier mit den Leuten auf PC und allen möglichen Leuten zusammenspielen kann. Und man findet hier immer Leute, die dann in die Lobby joinen und einem helfen. Die Comedy ist auch sehr hilfsbereit. Also die spielen eigentlich immer alle zusammen. Und natürlich kommt es immer wieder mal vor, dass man sich gegenseitig killt oder so. Das ist vollkommen klar, weil das Spiel ist halt so gemacht. Aber das ist auch meistens lustig. So entstehen eigentlich mit die besten Momente, wenn man dann irgendwie rumrennt und man macht einen Luftschlag und dann auf einmal fliegt der eine weg und man ist irgendwie, ne, wird durch die Luft geschleudert. Das ist eigentlich auch ganz lustig und deswegen finde ich es eigentlich voll okay. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich finde das Update richtig cool. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie es ihr so findet. Klar gibt es da immer die eine oder andere Meinung dazu. Mal gefallen einem die Waffen, die reinkommen, mal nicht. Es ist klar immer persönlicher Geschmack, aber trotzdem finde ich schön, dass das Spiel immer supportet wird, neue Sachen reinbekommt und es soll ja noch viel mehr kommen. Es sollen noch neue Gegnervarianten kommen und vieles mehr. Also da wird noch einiges passieren und der Support wird ja nicht aufhören. Die haben da noch ganz viel fürs Spiel geplant und dadurch, dass er sowieso der Spiele-Ressageur im Hintergrund eh immer mitwirkt und alles immer wieder ein bisschen anpasst, ist es ja sowieso eine Sache, die sich ständig verändert. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wenn ihr auf Coop-Action steht und was haben wollt, wo man immer wieder mal kurz eine Runde reingehen kann, wo man jetzt nicht zwei Stunden braucht, um irgendwas zu erreichen, sondern einfach mal kurz reingeht, ein bisschen Spaß hat, ein, zwei Stunden, dann gehen wir wieder raus und macht dann nächstes Mal weiter. Held Ivers ist da wirklich einzigartig, finde ich aktuell, was die Coop-Action angeht und hat auch viel, was man freischalten kann, wie gesagt, und die Level und so weiter, das macht riesengroßen Spaß und der Community-Aspekt ist halt auch sehr groß im Spiel, weil man eben so viel hier zusammenarbeiten kann auch und sich gegenseitig unterstützen kann. Das ist wirklich super. Ja, das soll es dann alles gewesen sein zum Viper, Commandos, Warbound. Ich finde es richtig cool, sieht toll aus, hat coole neue Sachen drin und jetzt gibt es auch kosmetische Sachen, was ich cool finde. Man kann sich noch mehr individualisieren. Es gibt natürlich auch wieder diese ganzen Credits, die man sich zurückholen kann. Ich finde es generell cool, dass man die ganzen Credits im Spiel verdienen kann. Und ja, das soll es dann von mir gewesen sein. Wie immer gilt, alles Weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein und dann hören wir uns natürlich wie immer im nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster. Bis bald, euer Monster.